Unser Käseangebot im Juli. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Novum der Bio-Käseladen hier in der schönen Römer Passage in Mainz. Ich bin Alina und ich habe wieder zwei wundervolle Käsesorten für den Sommer für euch. Wir starten mit dem Pecorino Marzolino. Schaut euch den mal an, ist der nicht hübsch? Oh, zu knuffig. Das ist ein ganz besonderer Pecorino, ein ganz junger, zwei bis drei Monate gereift etwa aus Schafsmilch, wie alle anderen Pecorinos auch. Und das Besondere am Marzolino ist, ist, dass er mit Tomatenmark eingerieben ist, was ihm eine leicht fruchtig frische Note gibt. Perfekt für den Sommer. Super zart schmelzend, hat eine milde Säure. Hier seht ihr ihn auch noch mal angeschnitten. Möchte man da nicht einfach nur reinbeißen. Der ist super frisch im Geschmack und ja, kommt vorbei, probiert ihn oder bestellt ihn online bei uns im Shop auf novum.bio. Und was wäre der Sommer ohne frischen Mozzarella? Das hier ist ein ganz besonderer Mozzarella und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn er im Angebot ist. Der hier kommt nämlich von der Käsemanufaktur Labate aus Offenbach und einige kennen Labate vielleicht schon, aber die machen regionalen Bio-Käse nach alter italienischer Tradition und der Mozzarella hier wird jeden Tag frisch gemacht per Hand und kommt quasi auf dem kürzesten Wege zu uns. Und ja, wenn Mozzarella, dann regionalen Bio-Mozzarella nach italienischer Art von Labate. Ja, kommt vorbei und holt euch so lang der Vorrat reicht. Die sind nämlich sehr schnell weg. Das war es auch schon von meiner Seite. Wir sehen uns im August wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Sommer.